Und wo die wir essen? Ja, Chicken Dinner. Hoch gleich direkt und dann... Direkt am Anfang oder am Ende und dann kam wo wir die Däne essen. Achso, wir können auch mehr Däne machen. Ah, jetzt bin ich raus. Jo, alles gut. Schatz, was essen wir denn heute Abend zu essen? Ich hab ein romantisches Chicken Dinner geplant. War was mit mir? Nein, mit meinen Kollegen bei PUBG, du Fotze. Ah, herrlich. Ein bisschen Chauvinistenschein darf man auch sein. Lalalalalala. Ach, ich kann mal genießen mit dem Fallschirm im Sonnenuntergang. Ist das nicht schön? Ich würde auch genießen, wenn jetzt ein Fahrzeug hier stehen würde. Das wär toll, ja. Romantisches Fahrzeug. Ein romantisches Fahrzeug. Ich glaub das kaputt, weil ich da sehe. Oder vorne steht hier wirklich sowas. Das ist ein Bus. Das ist ein Bus, ne? Hier vorne. Hier ist ganz hier, glaub ich. Ja. Ich hab auch eins hier, glaub ich. Ja, ist ein Bus. Schön romantisches Fahrzeug. Ah, ich hab den neuen Wagen. Sogar ohne Verdeck. Okay, der ist schnell. Der schnell hat der Bus, glaub ich. Das ist richtig romantisch, ey. Freunde. Ohne Verdeckt? Okay, das ist auch richtig. Ohne Verdeckt. Der Sonnenuntergang, der reingefahren, der ist... Das hat schon was. Der Sound. Kann man die Heil-Loot-Gebäude machen? Ahhhh. Ahhhh. Heil-Loot-Gebäude, ja. Die müssen sein. Wenn wir die nicht looten, haben wir Franz enttäuscht. Dann, dass er euch ganz schön befandlosig macht. Das ist nicht fair. Was heißt denn hier lustig? Boah, hier war ein Energie drin. Ja, du bist auch nicht im Heil-Loot-Gebäude, ich bin im Heil-Loot-Gebäude. Und, glaubst du schon Heil-Loot, oder? Ich hab ne M4. Eins aus, bist du? Oh, das ist Heil-Loot, glaub ich. Zwei Rucksack und Sanitasche. Ey, da landet einer weiter hinten. Äh, wir müssen jetzt mal Flash fahren. Jo. Also dann fahren wir aber ganz hoch, bis Alcantara. Ja, wir gucken jetzt noch mal, was die Zone sagt. Alcantara, sie da. Okay, ich bin soweit. Ich warte ganz brav auf Beifahrer. Zone sagt, ganz nach oben. Ähm. Dann würd ich eher Lacto Carrera nehmen, oder? Oder würdest du direkt da durchfahren? Ja, oder? Wollen wir das Tiergebiet machen? Und dann weiterfahren? Ja, oder? Ja, ich mach nur das Tiergebiet. Hehehehe. Fatsse! 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 Du kleine Fatsse! Such doch mal die Abkürzungen. Keine Wissenworte. Was soll eine Abkürzung nehmen? Kleene kleine Fatsse! Nein! Klasse! Das Spiel dann! Mir geht's jetzt Bock, der Fett einzufahren, ne? Ja, ich hab's Bock. Nein, nein, nein. Ich weiß einfach noch nicht, was. Hast du das Bock? Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, du Fatsse! Das ist aber enttäuschend. Ich dachte, der Fett hier wenigstens ein bisschen hoch. Ich glaub, ich hätte ein bisschen weiter links das Problem sein. Schade. Jetzt was mit dir. Also es enttäuschlich ist? Eines gilt es. Achso, dass du an der falschen Stelle dir das gewünscht hast. Ja. War aber nicht schlecht im Anfang. Moment, kommt ein Kerr-Package. Oh, 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 oh. Du hast dich die Runde durch Herzländer, also du bist ein riesiger Anker. Ich lebe. Ah, perfekt. Ich glaub wir brauchen neuen Wagen. Vor dem Update wär mal gestorben. Ja, Safe-Call. Ach, jetzt die Kurve. Ihr Faden. Ja, ja, komm. Einfach auch ein Beutel in die Hose. Okay, aber ich... Ich will nicht, dass es heißt, dass du wegen mir gestorben sind. Doch, das heißt es. Wenn du zu schlecht bist, dein Leben zu verteidigen. Dafür müsste ich dich umbringen vorher. Koralaxa, la koralaxa. Wurde, was soll das? Wurde, was soll das? Machen wir mal bitte ein Video drauf. Scheiße. Hast du ein Video gemacht? Ja, ich habe es gemacht. Ja, ich hoffe, es ist drauf. Danke. Was hast du gemacht? Nee, ich will es mir gleich anschauen. Okay, Rav kann nicht... Ich dachte gerade immer, ach, reicht schon. Reicht schon, das. Ach, Rav kann ich jetzt behaupten, dass der in der Gegend durch mich gestorben ist. Das ist deine Schuld. Ich komme nicht schäufe von euch rein. Okay, machen wir ein schnelles Ende, oder muss Rav jetzt warten, weil er es selbst schuld war? War ja easy, easy. Jetzt haben wir gar keinen Wagen mehr, ne? Ich wollte den gerade zur Reparatur bringen. Ja, den gerade. Du weißt doch genau, was, äh, was Reparatur ist. Hast du doch auch schon deine Stoßstange hinbringen müssen. Ich habe noch einen Rucksack, ich habe noch gar nichts. Ich könnte auch einen Rucksack gebrauchen. die Kohlallaxa der Kohlallaxa Laksana Kohlallaxa Nennen BK das Bild es ist schon gut vom Video da ist alles drauf das freut mich schön ich möchte selber dass das ein bisschen fehl war alles drauf perfekt alles drauf perfekt passi ist das dein ernst ich hatte das schon vorhin vor da wollte ich nicht boxen nur habe ich das nicht mitbekommen na komm los lass uns reinrennen da und Action machen ich habe eine Winchester reicht das? das ist eh reichen ey brauchst du Visiere? ich habe zwei Dreier ich habe auch ein Dreier ein Zweier keine Waffe richtig alter Junge alter Junge ja komm wir wollen mal Revanche wollen mal gucken wieviel abzieht ich hätte es töten können ja nix Revanche das ist ja noch die Kassen und Nennerz wie ne? das ist wie ein Arschloch-Kinder boah jetzt hat der Trap von unseren Wagen kaputt gemacht jetzt ist hier nix halt auf der hinten ist ein Buggy was hast du noch mal Glück gehabt du? bist du schon ich fahre ich fahre ich fahre was machst du? ich fahre ich fahre ich fahre ich fahre nein ich habe noch kurz so eine Waffe geholfen dass ich auch in den Krieg gehen kann du wurdest nur Heilung geholfen ja er kann Passier hinlaufen ich wollte sie auch noch mal ich habe mich echt nicht auf der Ratte gucken wirklich kleine Ratte ist der Kling wirklich kleine Ratte ist der Kling ich brauche bestimmt noch eine neue Weste ne er hat mir noch nicht mal meine Weste getroffen so schlecht ist er gehemt ich habe ein 6er ich hab einen 6er und einen 4er gerade gefunden aber ich hab keine Waffe für unseren Scopes vielleicht gab es auch eine winchester Ne, ich bin hier woanders, alles gut, ich renz schon mal richtig vor. Such Gateners. Ja, ich jetzt auch, aber ich will gut in den Krieg gehen. Ich will gut gerüstet in den Krieg gehen. Weißt ja wie das ist. Oh, wie, du hast keine Schaden. Von da hab ich noch nie Schaden. Okay. Dann liegt das wohl an meinen Blacks. Oh, was, wer für Deinskostikon? Du musst dich heilen, ne? Ey, hab ich jetzt. Kannst du gerade schießen? Ich bin hinten aufgestanden. Ich hab noch was. Erst von euch. Ich hab's gerade so weit nach vorne, oder? Ich hab's gerade nicht gehört. Oh. Sie. Lauf auf mich zu ihm. Ich aime gar nicht. Ich hätte aime ich aufs Auge. Acura Laksa, Acura Laksa, lalalalalala. Der bringt mich noch um. Bullshit, sowas zu brauchen. Bullshit, sowas zu brauchen. Bullshit, sowas zu brauchen. Ach, sowas ist Bullshit. Der ist tot. Ich bin halt. Hast du keine Verbände? Nein, ich hab... Ich hab dir da gerade jetzt hingeworfen. Der Stunt war aber schön. Das ist Bullshit. Oh, boah. Das ist Bullshit. Das ist Bullshit. Das ist immer normal, da wo es Krieg gibt. Verglückierung. Danke Mann. Diesen Fahrt sollte ich mir eventuell merken als gefährlich. Okay. Weil ich glaub, ich hab mich eben schon über diesen Bull da abgepackt. Schaff ich gar nicht, glaube ich. 5 Minuten Auto-Stunt-Video wird man aber schon schaffen. Ja. Ja, aber lustig hier ohne. Wer hat sich trotzdem gelohnt? Ich muss mich echt noch mal heilen, ne? Oh. Du Nut! Oh, guck mal wie schnell das jetzt weggeht, ey. Guck mal, krass. Das hast du eh nicht geschafft. Ich war voll motiviert, ey. Ich bin richtig motiviert. Oh, wie bitter, wie traurig. Das blaue, das war schon vor mir. Scheiße. Ja, du wirst spätestens durch die nächste Zeit gestorben. Ich war noch so motiviert, mich durchzufranzen. Ja, guck mal, aber gegen dich, da wollte ich einen guten Sniper-Schuss nehmen. Da kann ich das. Hä? Wieso bist du eigentlich gemeldet zweimal? Ne, oben links, da, dieses Auge, das bedeutet, dass zwei Leute mir zugucken. Ja. Sind wir zwei. Ja, ist klug. Ja. Ja. Damit es dir vor Augen geführt wird, was du angerichtet hast. Was hab ich denn angestiftet? Was hab ich denn angestiftet? Na, jetzt ist es ja. Jetzt ist mein schlechtes Gewissen. Ach, ich hab kein schlechtes Gewissen. Das war nötig. Das war nötig. Jetzt möchte ich mindestens noch zwei Kids sehen. Ich streng mich an. Ich streng mich an. La cura laxa, la cura laxa. Ist ja gut. Ja, das ist die schicke Autobahnabfahrt. Eine Auffahrt ist ja drin hier, da müssen ein paar Poser rumfahren. Das stimmt. Schön noch zur Shell-Tankstelle da vorne bei euch an der Ecke, ja. See, Shell-Tankstelle. Mal einen 5.0 für 5 Euro snacken. Vorne wäre ein Auto. Das ist für dich. Jetzt schon. Vorne. Das wär toll, ne? Versuch's ohne Visier. Versuch's ohne Visier. Oh. 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 Hinter dir. Wird aber nicht bei mir entlang. Die Poser Konobilien. La cura laxa, la cura laxa. Didi- 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 didi-. Er guck, der hat auch einen Stunt gemacht. Oh, da fegt er nämlich. Oh, da fegt er nämlich. Das war romantisch, ich musste Posse beeindrucken mit meinem geilen Wagen. Kurze Frage, warst du in der Runde schon einmal in der Zone? Ja, als ich dich getötet habe. Noch bin ich, noch bin ich in der Zone, also. Noch, 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 noch. Oh, ich glaube bei der Leute hier vorne ist was. Nein, Katie. Warum fährt was? Ja, guck, da liegt ein Auto auf dem Rücken, ich bin nicht der Einzige, der das macht. Ich glaube, da hat auch einer gesagt, ich kenne Abkürzung. Oder fahren Abkürzung. Ne, 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 gerade war der Stunt gebunden. Gerade war der Stunt geplant. Du wolltest den Stunt. Du hast das quasi gesagt, mit deinen Augen. Sehr ketchup. Okay, ich höre hier nischt. Nischt? 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 Von lone wolf-like. Lone wolf-like. Du musst wieder ein Stück laufen. Ja, ein Stück laufen. Ach, das ist euer Wund. Ja, die Runde mache ich eigentlich nichts außer dem Wund. Ja, die Runde mache ich eigentlich nichts außer dem Wund. Und geiles Stunt mit dem Morde. Und mich kennen. Wenn ihr irgendwas seht, dann sagt Bescheid, dann kriegen die aufs Maul. Lukas. Ja? Ich könnte dich ja mal ansporen, wenn du möchtest. Okay, dann. Du denkst mir Currywurst. Nein, wenn du jetzt noch Schickendinner holst, dann kaufst du Fifa 19. Ja, boah. Handsporn vor allem. Wolltest du mich, ne? Der ist wohl Granat in die Hand. Statement. Holt euch Fifa 19. Holt euch Fifa 19. Oh, ich denk schon. Oh, mein Reifen muss ich auch. Ne, weil wenn ich schon 2 killen muss, dann würde ich glaube ich Sneaky mich anschleichen. Ach, du kannst ja auch suchen. Ich glaube, die holen sich viel von außen auch. Oh, ne. Oh, ne, ne, ne. Lukas, ich spau nicht wirklich an. Wenn du jetzt noch einen Chicken Dinner holst, dann kauf dir irgendeinen Xbox Titel deiner Wahl. Aber Standard Titel, also keine Deluxe Version oder so. Ne, ne, ne. Oh. Das ist wirklich ein Ansporn. Ah, Deal. Du weißt euch halt meine Sachen eh ein. Oh, viregelt. Oh, shit. Oh, shit. I'm down. Ich dachte, ich müsste ein bisschen drüberschießen mit dem 6er Scope, aber... Ich hätte es genau drauf lernen können. Ich hoffe, ich bekomme gleich noch so einen kleinen Bolzen nach Hause, weil da irgendein noch 10 übrig sind. Oder so. Ich krieg vorher erst mal ein Bolzen nach Hause, wenn wir noch 9 Übers sind. Ich hätte aber vor, du verkackst und 1 gegen 1 am Ende. Ja, das wäre ärgerlich, ja. Das wäre ja sehr ärgerlich. Ja, ja, damit hätte ich mir aber einen Season Pass verdient. Zu einem Spiel mal einer Wahl. Season Passen? Ja. Ja, okay, wenn ich es nicht schaffe, dann kaufst du mir halt FIFA 18. FIFA 19? Ja, dann meine ich, ja. Und du musstest spielen. Oh, Gott. Mit Pasi? Ja. Cool. Oh, Gott. 500 Spiele. Oh, Gott. und auch aufs. Schauen wir uns mal. Einmal da unten, der macht ausgestunzt. Ja, bietet sich halt an. Hat Spaß. Ja, er kommt hoch zu dir, ne? Ja, da hinten, Leute. Da vorne läuft dann, weiß ich. Ja, dann läuft noch einer. Ja, der läuft noch eine. Du musst erst mal in die Zone kommen. Bitte schießen sie nicht auf mich. F suddruck! Der dritter sich genauer weg das auch. Ja, ihr macht das da unten, ne? Nein. Oh, das sind, glaub ich, geflasht. Ich würde mich übel, ich glaube, als ich dieses Angebot bekommen würde ich übel zu raffen. Baum im Stein ist einer. Ja. Zwei. Komm, heil ihn. Komm, heil ihn, heil ihn. Mach ne Rote. Das hat er einfach liegen lassen, ne? Ja, der andere ist direkt gestorben. Wir meinen, er ist direkt gestorben, also ist der andere auch gestorben, der Love-Down-Locker, also. Ey, 18, ey, jetzt machen wir nicht so in Angst, Alter. Ja, langsam kommt die Stabilität, ey, was soll ich denn sagen? Also, nur wenn ich dann ins Spiel komme. Machst du doch gar nicht, falle aus. Ich falle aus. Bis dann mal links, ne? Boah, ich hab' den gar nicht gehört. Ich hab' den gar nicht gehört. Ich hab' den gar nicht bewegen. Ich hab' den gar nicht bewegen. Du warst ein bisschen überraschend, dass du da nichts zu schiefst. Das hier über, durch die Tür kam. Ah, schade. Ich hab' mich hier gemacht. Die Runde war lustig. 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 Ich bin noch mal. Ich bin noch mal.